So, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir im Kanal. Heute geht es mal um das Thema Call of Duty Ghosts und der neue Radar, also sprich die neue Minimap. Wir schauen uns heute die neue Minimap an, das heißt, das liegt eigentlich im Fokus, ich zeige es euch mal hier oben, ist die neue Minimap. Sie war früher immer so quadratisch angeordnet und heute ist sie so im neuen Call of Duty so ein bisschen vertikal angeordnet. Jetzt werdet ihr euch sicherlich wundern, da sind so ein paar neue Sachen. Ich werde mal auch ein bisschen reinzoomen, damit ihr das seht, was ich meine. Also wir gucken mal hier genauer hin. Und zwar meine ich mit neuen Sachen diese Dinger hier, diese Kreise, die ihr hier seht. Und zwar, da gibt es unterschiedliche. Und zwar gibt es zum einen, ich zeige euch das mal, wir malen das jetzt mal hier hin. So, es gibt diesen Kreis mit einem Pfeil nach unten. Es gibt diesen Kreis mit einem Pfeil nach oben. Es gibt den Kreis und es gibt einen ausgefüllten Kreis. Jetzt ist die Frage, was heißt denn was? Am Anfang dachte ich auch, das hier heißt, der Gegner guckt zu mir und der Gegner guckt nach vorne. Und dann gäbe es natürlich auch noch die Variation links und rechts. Diese Variation gibt es aber leider nicht. Denn das Ganze heißt für euch folgendes. Wenn ihr dieses linke Symbol hier seht, dass der Pfeil nach unten ist, heißt der Gegner ist eine Ebene unter euch auf der Karte. Der Pfeil nach oben bedeutet natürlich dann das Gegensätzliche. Das heißt, er ist eine Ebene über euch. Der normale Kreis, der nicht ausgefüllte, heißt, er ist auf eurer Ebene. Und ein ausgefüllter Kreis heißt, dass der Gegner einen Schuss abgibt. Ich denke, das ist von Anfang relativ easy zu merken, weil ich denke, man hat es so in dieser Form noch nicht gehabt bei dem Call of Duty, das wir so vorher hatten. Jetzt ist es neu. Ich denke, vielleicht weiß der eine oder andere schon Bescheid. Aber wer noch nicht Bescheid wusste, der weiß es jetzt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Anders Heerl. Servus.